Okay, gut, machen wir das. Ja, hallo. Wir sind ja beim Führungskräftetreffen der Sparkasse Westmützerland heute Abend hier in Villa Beck in der Weißenburg. Und wir wollen euch mal ein bisschen erkennen lernen. Stellt euch doch mal vor, bitte. Mein Name ist Lena Grube, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Dön. Mein Name ist Sandra Fingerhut, ich bin auch 27 Jahre alt und ich wohne im schönen Borgengehen. Weil es hier das Führungskräftetreffen ist, seid ihr natürlich Führungskräfte. Erzähl doch mal, Sandra, was machst du? Ja, ich bin in die erste Führungsstelle gestartet in eine Filialleitung in Frieden und jetzt im Anschluss im letzten Jahr bin ich dann in unser KSC gegangen. Da habe ich dann einmal eine Direktfiliale und das KSC Plus mit aufgebaut. Da beraten wir per Video und eben per Telefon. Und Lena, wie sieht es mit dir aus? Ich bin letztes Jahr im Mai gestartet in dem Zentralbereich Kredit, speziell in der Gruppe Komplex Spezial im Kreditmanagement. Diese Aufgabe wurde neu aufgelegt bzw. meine Gruppe wurde neu rausgebracht mit der Umstrukturierung und es macht sehr viel Spaß. War es schon immer so der Plan, genau diese Stelle zu haben oder etwas Vergleichbares? Oder wie hat sich dieser Weg dahin entwickelt? Ja, wir beide kennen uns durch den Nachwuchsförderkreis der Sparkasse und da hat sich mit der Zeit so ein bisschen auch das Bild entwickelt, wo möchte man denn hingehen. Und ich persönlich habe auch Stellen ausprobiert in der Sparkasse, um dann heute auf der Stelle zu sein. Und ich glaube, ja, so flexibel sollten wir auch alle sein, um uns auch mal überraschen zu lassen, was als nächstes kommt. Genau, bei mir war es ein ähnlicher Prozess. Ich habe auch sehr viele Stellen kennengelernt im Rahmen des Modellentwicklungsweges in der Sparkasse. Ich bin zuletzt in der Kreditanalyse gewesen, habe aber für mich selbst erkannt, dass ich gerne eine Position haben möchte, in der ich was bewegen kann, etwas verändern kann. Und das war für mich dann der nächste Schritt zu sagen, ich möchte gerne Führungskraft werden. Was waren denn bisher die Highlights in der Sparkassenlaufbahn? Ja, also es gibt eben ganz verschiedene Highlights, sowohl kleine als auch große Highlights. Als Auszubildende durfte ich zum Beispiel schon mal bei einem Sparkassentag dabei sein, durfte in verschiedene Gespräche mit Vorständen kommen. Ja, und dann eben auch, dass mir zum Beispiel in meinem Alter auch schon Führungsaufgaben anvertraut werden oder betraut werden. Und das macht total viel Spaß, dann eben so verschiedenste Situationen in der Laufbahn zu haben, die total motivieren und dann eben auch Spaß machen. Genau, das finde ich auch. Aber auch die gegenseitige Unterstützung, die Anerkennung auch innerhalb eines Teams, die man irgendwo hat, die Anerkennung der eigenen Führungskräfte, dass man neu in dieser Aufgabe ist, dass man immer wieder weiter gepusht wird, unterstützt wird, auch mal wieder aufgefangen wird, wenn es auch mal schlechte Tage gibt. Und das macht schon den Job sehr aus und es macht jeden Tag immer mehr Spaß. Vielen Dank und viel Erfolg bei den Aufgaben. Danke. Danke.